Sie sehen ja überall Bildung, Zukunftsentwickler. Wichtig ist es, dass wir Entwicklungspolitik zum Anfassen machen. Dass man langsam die Menschen auch heranführt an die Entwicklungspolitik, vor allem auch Schulklassen. Wir merken immer wieder, Afrika ist kein Thema in den Schulen, weil ist Afrika unser Nachbar. Dass wir uns dann auch mit diesen Themen beschäftigen, dass wir sensibilisiert werden. Und hier gibt es Produkte, Fairtrade. Jeder Einzelne kann hier etwas tun. Ein Stück Afrika gab es heute in Nürnberg am Lorenzer Platz. Dort machten die Zukunftsentwickler on Tour mit ihrem Dialog-Truck halt. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Aktion Gemeinsam für Afrika. Im Mittelpunkt standen die Themen Entwicklungspolitik und globales Lernen. Umgesetzt wurden diese durch verschiedene Vorträge und interaktive Aktionen für Jung und Alt. So waren beispielsweise ein Afrika-Quiz und ein digitales Puzzle geboten. Ganz klar, dass wir von unserem christlichen Menschenbild her, wir für die Ärmsten da sein müssen, wenn es uns besser geht. Aber es betrifft auch uns selbst. Wir haben große Migrationswellen. Afrika wird jetzt bis 2050 eine Milliarde Menschen mehr haben. Das heißt, müssen alle ernährt werden, brauchen Gesundheit, brauchen Arbeit. Sonst haben wir riesen Migrationsströme. Und da wollen wir natürlich unterstützend mit tätig sein. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir nicht von Entwicklungshilfe sprechen. Da lege ich auch immer ganz guten Wert drauf. So eine Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen Partner sein. Wissen Sie, wir wollen Ihnen Anreiz geben, dass Sie sich selbst entwickeln. Und dann können Sie, mit der Betrachtung. Vielen Dank.